Wetter, dass das sauer graust. Deswegen ist es glaube ich ganz Paraglid Österreich in Barsano. Weil es dort jetzt aktuell ziemlich zugeht, habe ich mir überlegt, ich muss was unteres. Flug Nummer 65 werde ich in Kärnten absolvieren. My Beetle ist vollgepackt mit Soschen. Ich habe vom Bikini über mein Stand Up Paddle, Gleitschirm. Ich habe alles mit, was man so braucht. Also packt eure Badehosen und Gleitschirm, weil es geht jetzt dann los und ich nehme euch mit. Gehen wir. Ich sitze da gerade am Boden und habe noch einmal meinen Helm hinterlassen. Letztens habe ich das auf Instagram geteilt in meiner Story. Da oben habe ich natürlich meine GoPro Halterung. Ich schlaue Fuchs habe mir natürlich gedacht, ja passt, ich kaufe mir da irgendwelche Dinger da drauf. Also das da zum Einrasten. Aber lasst das. Kauft nur die Originalen, so wie ich es da habe, die, was dieses Gummiding da haben. Weil nur das da hält wirklich fest und wackelt dann nicht oben. Die ganzen Naschbauten und Naschmaschen, erstens die wackeln und zweitens das da bricht. Wenn ich es schaffe und finde, dann tue ich euch unten natürlich das einblenden. Den Link, wo man das findet oder wie das heißt. Zwei Stunden später. So, meine Lieben, Moment, müssen wir so da. Wir sind mittlerweile schon zwei Stunden südlicher von Oberösterreich, nämlich im Salzburger Land. Wir stehen da gerade am Oberdauern und fahren jetzt nach Zwengen runter. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, ist, ich bin durch Schladming gefahren bzw. Grödming. Und ich habe tatsächlich bei diesem Wetter gerade jetzt vorhin wen Schlieren gesehen. Und jetzt möchte ich bitte von den erfahrenen Piloten, die schon mal im Regen geflogen sind, wissen, wie geht das? Was macht der? Warum macht der das? Und wie gefährlich ist das tatsächlich? Weil bei Regen besteht Sackfluggefahr. Und in meiner Vorstellung geht das relativ schnell bei so einem Regenwetter. Und ich frage mich halt da jetzt, wie lange kann ich dann noch sicher in der Luft fliegen mit meinem Schirm? Also, wer mir die Frage beantworten kann, bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Seid nicht schüchtern. So, ich höre schon, wie meine Mama von da unten vom Berg auf verschreit, Essen! Deswegen werde ich jetzt zügig runterfahren zu ihr. Wir hören uns. Na bitte, wenn das wäre sick, die halten mich für komplett umgestrahlt. Ist da tief im Auto? Na ja. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders, gell? Einen schönen guten Morgen, meine Flieger-Friends. Es ist jetzt der nächste Morgen. Und wie ihr da unschwar erkennen könnt, es schütt immer noch. Das heißt, wir müssen noch weiter in den Süden und hoffen, dass es dort zum Fliegen geht. Nur weil es da jetzt reinkt, heißt das nicht, dass da drüben auf der anderen Seite des Kamms, dass da nicht zum Fliegen geht. Und was da auch das Besondere ist, ähm... Was das Besondere eben ist, ist, dass der Kamm oft auch wirklich so den orgen Unterschied macht. Wenn es da jetzt reinkt, ist da drüben feinstes Wetter und einmal sieben Grad wärmer sogar. Ich erhoffe mir jetzt, wenn wir jetzt da den Kam überqueren, es wird jetzt ungefähr eine 50-minütige Autofahrt sein, hoffe ich, dass wir in ein Fluggebiet kommen, wo wir dann tatsächlich auch fliegen gehen können. Laut meinen Wetterprognosen, durch MeteoBlue, Windy und Wetterbericht und Föhn-Diagramm, müsste es fliegbar sein, wo wir jetzt hinfahren. Also wenn ich nicht ganz angestrahlt bin, dann habe ich das alles richtig gemacht. Und hoffe einmal, dass wir auch den richtigen Wind haben. Und der soll ja auch für diesen Startplatz, wo ich hin will, ideal sein. Also, lasst uns einmal hinfahren und lasst uns einmal zum Landeplatz schauen und dann werde ich euch noch mal ein Update geben. Eine Stunde später. Einfach einmal über den Berg drüber gefahren und die Welt schaut schon einmal ganz anders aus. Schaut da hinten Sonnenschein, alles pipi fein. Wie ihr aber sehen könnt, es ist noch bewölkt. Und ich habe jetzt mittlerweile da schon einmal den Landeplatz gecheckt, das ist er. Der Windsack ist da drüben. Da drüben ist die Hundeschuhe, das kann ich mir gleich merken. Da ist sogar ein weißer Punkt da noch drauf, also man kann eigentlich nicht daneben. Da geht die Gondel auf, mit der wir auch aufgefahren werden, auf das Goldeck. Und was ich aber gelesen habe ist, die Gondel fährt nicht ganz auf, sondern nur teilweise. Und wir müssen halt da noch ein Stückchen zu Fuß gehen. Ein Stückchen zu Fuß heißt 1,5 Stunden, glaube ich, ist angeschrieben. What? Also es ist schon da noch etwas zu bewältigen, aber ja, mein Gott, das ist ein schöner Tag. Sonnencreme habe ich mit, also es gibt eigentlich nichts, was uns zurückhalten würde. Ich habe auch noch einmal kurz geschaut, Wind auf Windy und Meteo Blue. Also Windy sagt Nord-Ost, Meteo Blue sagt Nord-West, beziehungsweise Nord. Wir brauchen auf jeden Fall ein Nord. Es darf halt passen vom Wind her, aber wir schauen uns das sowieso immer vor Ort an. Und wie ihr da sehen könnt, schaut, da ist sogar eine ordentliche Tafel und die werde ich mal jetzt durchschauen. So meine Lieben, wie ihr sehen könnt, fette ich jetzt schon auf dich. Und ich schaue jetzt da gerade auch, ob ich den Hundeplatz von da schon irgendwie aus der Gondel sehen kann, weil, wie ihr ja vielleicht schon wisst, habe ich ja immer eigentlich die größte Angst, dass ich eine Außenlandung machen muss und dass dann alles schief geht. Ansonsten, was ist sonst noch zu sagen? Naja, ich bin schon nervös. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht nervös bin. Ich bin allein unterwegs. Ich habe mir zwar alles durchgelesen, was noch geht über das Gebiet online. Und ich habe mir auch schon YouTube-Videos angeschaut, wo die von da oben runter gestartet sind und da hingeflogen sind. Also ich habe schon mal alles gesehen und ich habe auch mit wem telefoniert, der von da ist. Aber leider hat natürlich jetzt keiner Zeit, weil es ist jetzt natürlich mitten in der Urlaubszeit. Und unter der Woche ist es halt auch. Ja, aber es macht nichts. Ich habe mich gut beraten lassen. Und ich habe mir auch von der Flugschule die Seiten angeschaut, die haben auch gute Infos. Und es ist jetzt nicht ein anspruchsvolles Gebiet, sondern es ist auch ein Schulungsgebiet für die Flugschüler. Boah, da ist es irrsinnig heiß in der Gondel. Da wäre es eh schon alles offen. Da rüben ist gleich ganz ein anderes Klima und ganz ein anderes Wetter. Und die Leute sind halt auch unterst die Kärntner. Das sind richtige Südländer. Sonst habe ich jetzt dabei eigentlich echt nichts zu sagen. Was ich gerade merke ist, dass ich Deo vergessen habe. Perfekt! So meine Lieben, wir sind ausgestiegen. Habe ich noch kurz mit dem Liftler geredet. Wie es am besten ist zum Aufgehen, weil die letzten Tage hat so viel krank. Wir werden jetzt nicht direkt den Stichweg aufgehen, sondern Forststraßen. Wird wohl so zwei Stunden dauern. Ich werde jetzt meinen Sur-Schnitzel-getränkten Körper, gestern hat es nämlich Sur-Schnitzel gegeben, da hoffentlich gut den Berg auf katapultieren. Schaut euch einmal bitte das schöne Panorama hinter mir an. Sehr schön da unten sind die Pferde. Und da sieht man überall, da löst sich überall der Nebel auf. Und da steigt er auf. In die Wolken rein. Also die Sack. Vielleicht sagen sie mich halt auch ein bisschen. Oh my! Wie es dann oben ausschaut mit dem Wetter, müssen wir schauen. Grüß euch! Schaut es gut aus? Super! Na ja, das hört man schon gern. Also allein, dass ich da jetzt schon wandern bin, taucht mir voll super. Also ich freue mich schon voll. So richtig voll. Also ich muss fast rühren, weil ich so berührt bin, weil es so schön ist. Vielleicht auch. Ich bin gerade im Monatszyklus, gerade in einer kritischen Phase. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen bin ich ein bisschen zarter beseitet heute. Voll Gas jetzt. Weil ich mich schon so freue. Oh Jemine. Oh Jemine. Meine Lieben. Es bloß ein ordentliches Lüfterl da rum. Es ist ganz wild. Leider gibt es da auch keinen Windsack herum. Aber ich beobachte den Wind jetzt schon länger. Und er kommt von Nord-West. Es ist zu viel West dabei aktuell. Ich glaube, wenn ich aufziehen darf, in der Böhe darf ich mich da wischen. Dann bin ich da hinten irgendwo. Und dann habe ich schon gefragt hinten, was da hinten für Täler und Horte sind. Und ob die Leute da nett sind. Weil wenn es mich nämlich dahinter schwärbt, dann brauche ich nette Leute. Und die haben mir da alle versichert. Es sind Bauern, es gibt Bier und Milch, ein gutes Bauernbrot und Käse und Wurst selber gemachte. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich werde jetzt mal hier ausnehmen. Und dann werde ich noch mal schauen, wie sich da der Wind entwickelt. Und dann werde ich mir noch mal das genau anschauen. Weil ja, es ist auch nicht so ganz klar eigentlich. Also der Wind ist nicht stabil. aus einer Richtung. Da wechselt immer von Nord-Nord, Nord-Ost, Nord-West, und manchmal Vollgas-West. Und wenn es Vollgas-West ist, dann sind wir eben leer. Das ist nicht so cool. Aber wir werden schauen, was wir dann mal sehen. Bis dann. Ich zeige euch noch mal kurz die Problematik, ohne dass ich in einen Kurplan reinsteige, probiere ich es. Multitasking. Also wie ihr das sehen könnt, ich stehe jetzt da, wo man starten würde. Ein bisschen weiter hinten da natürlich. Aber da darf man außen starten. Und da unten ist auch der Landeplatz. Der ist gleich da. Gleich da ist er. Also eigentlich ist alles okay. Nur Vorsicht! Da sind noch die Kabeln von dieser Seilbahn. Das heißt, wenn man voll absaufen würde und im Lee fliegen würde, dann ist das schon richtig gefährlich da. Also das darf ich auch nicht sein. Und wenn man jetzt da sieht, wenn man uns das anschaut, wo der Wind herkommt, da das Fähnchen kommt von da. Vollgas. Gerade die Böe. Du weißt, ich habe da unten ziemliches Leer. Genau bei der... Also nicht cool. Es ist nichts da jetzt zum starten. Der Wind bläst richtig fest drüber. Und teilweise kommt der Wind auch richtig da jetzt. Gerade hat man es auch gesehen von West. Also extrem von West. Und ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn es jetzt Nord-Nord-West gewesen wäre, hätte ich gesagt, mein Gott, nein. Okay, passt. Und halt weniger Wind. Aber super nicht. Jetzt kommt es gerade wieder Vollgas. Also ihr seht es ja. Es tut nicht. Das taugt mir nicht. Schade. Aber so läuft es halt manchmal, gell. Und jetzt... Jetzt werden wir halt runtergehen. Wir werden runtergehen wieder. Na gut, also kein 65. Flug. So Fliegerfriends, Ja, voll schade. Jetzt sitze ich wieder in der Gondel. Jetzt sind wir wieder da, wo es angefangen hat. Alles und wo ich noch glücklich war und euphorisch. Also ich bin immer extrem enttäuscht, wenn ich nicht fliegen kann. Mir fällt zwar die Entscheidung für einen Nicht-Flug, fällt mir relativ leicht, aber ich nage dann noch ziemlich lange daran. So muss man es eigentlich ausdrücken. Und ja, jetzt da, wenn ich da will fahre, dauert ich am liebsten, dass der Gondel jetzt aus der Springer mit dem Kopf voraus. So ist gerade meine Stimmung. Geht es euch auch so, wenn es nicht fliegbar ist oder ihr nicht starten könnt. Später im Loch der Leere. So, meine Lieben, das war es. Leider. Goldegg wurde heute nicht beflogen. Kein 65. Flug. Für mich war es nichts. Es hat irgendwie nicht gepasst für mich. Der Wind hat für mich nicht gepasst und so weiter. Ja, jetzt kommt da wahrscheinlich auch gleich der Hubschraube, der da hinter mir landen wird. Bye, bye. Tut mir leid. Ich geh weg. Stopp. Das Video ist noch nicht vorbei. Hoppala. Jetzt ist mir da mein Schwindelzettel, habe ich geflogen. Ich bin nämlich draufgekommen. Ich schuld euch noch Antworten zu meiner letzten Frage, die ich gestellt habe im Video. Vielen lieben Dank an alle, die in die Kommentare darunter geschrieben haben, wie ich es schaffe, dass mir mein Beschleuniger der Beschleuniger nicht beim Start und bei der Landung rausfliege. Also, Tipp Nummer eins. Und das ist auch das Aller einfachste und das werde ich jetzt immer machen. Die Karabiner vorher nochmal einzwirbeln, also die kleinen Brummelhacken. Die Schnur einzwirbeln und dann erst einhängen. Tipp Nummer zwei. Ein Brummellock kaufen. Die gibt es von 1 bis 4 Euro, glaube ich. Und die kann man sich einfach, wenn man die Google-Suche benutzt, in irgendein Online-Shop bestellen. Das sind so kleine Silikonteile, die man da einfach drüber schiebt. Und last but not least, und das ist der dritte Tipp, den ich anwenden werde, wenn mein erster Tipp nicht funktioniert mit dem Eintragen. Dann werde ich noch in den Baumarkt gehen und dann werde ich mir auch so ein kleines Silikonschlauchchen holen. Dann schneide ich mir zwei Sticker runter und dann tue ich es drauf. Und ja, wenn die kaputt werden, schneide ich wieder runter und tue es drauf. Vielen Dank an alle für die super Tipps. Ich habe jetzt einmal die besten drei hier zusammengefasst und ich glaube, die sind die hilfreichsten. Und ja, ihr seht es da, da piekst mich schon wieder etwas da hinten. Und ich bin schon ganz zerrupft, weil ich sitze nämlich da in der Alm. Und ich gehe jetzt da in den Wald hinein und werde jetzt gleich Vollgas-Schwammerl suchen. Ich verfalle da in einen richtigen Rausch. Deswegen habe ich mir dauscht. Ich nehme jetzt noch schnell die Tipps auf, weil sonst, weil da verliere ich mich komplett. bei der Suche des Gold des Waldes. Ich wünsche euch was und hoffe, dass ich euch wieder sehe. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.